Ein neuer Tag, ein neuer Booster-Folge 951 und wir sind bei Yu-Gi-Oh! Legendary Duelists Duels from the Deep. Und ich wünschte wirklich, die Dinger hätten hier auch so eine Löcher wie bei Force of Will, die Booster, ne? Weil dann könnte man die so schön einfach aufreißen. So, Jagd auf die Ghost-Rare immer noch, ne? Für alle, die es nicht wissen, es gibt Ghost-Rare-Karten in diesem Set. Also eine zumindest und ich hoffe, dass wir die ziehen. Ist sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber wir gucken mal. So, Marinsessin Marmorierter Stein. Haben wir hier Link-Monster an erster Stelle. Mit Link-Monstern kenne ich mich gar nicht aus, aber das wisst ihr ja schon. Nummer C, 101, Lautlose Ehre Dark. Ähm, ja, Exiz-Monster oder heißen die XYZ? Ich glaube, die heißen Exiz, ne? Möchte ich sagen, das ist eins der Dinge, die ich gelernt habe. Ich habe früher wirklich immer gedacht, die heißen XYZ. Rangsteigerungszauber, schnelles Chaos, eine Zauberkarte. Dann haben wir Marinsessin Seepferdchen. Und die letzte Karte, eine seltene Marinsessin Umströmung. Ich hatte übrigens in der ersten Folge gesagt, ähm, Rare-Karten haben eine goldene Schrift. Nein, da habe ich mich tatsächlich versprochen. Ja, ihr werdet das bestimmt auch schon korrigiert haben in den Kommentaren, ne? Äh, Rare-Karten haben eine silberne Schrift. Und ganz klar, ich habe es auch gewusst, ich habe mich da wirklich versprochen, ne? So, zweite Folge geschafft. Und ja, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Untertitelung. BR 2018